Ich trau mich gar nicht dran riechen. Nein, nein, riech nicht dran. Schenk einfach mal ein. Ihr habt keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann ist das ein Geniestreich. Wie muss man das jetzt eigentlich machen? Nicht, scheiße. Nicht langsam. Du klickst mich. Du klickst mich. Du klickst mich. Du klickst mich. Oh, lass uns verkehrt. Lass uns verkehrt. Oh Gott, du klickst wie... Du klickst wie Ar... Du klickst wie Ar... Du klickst wie Ar... Jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder. Komm noch mal. Trau mich nicht an. Oh Gott, du klickst wie Ar... Du klickst wie Ar... Okay, okay, okay... Willst du das mal aufbewerten? Scheißegal wie das schmeckt... Das ist jetzt... Halt mal auf... Okay... Nochmal... Ich trau mich die Beste. Oh, danke, mein Mann. Mein Mann, du bist ja so. Wie du klingst. Das war mir jetzt immer so. Oh Gott, ich rieche mich. Das ist geil. Es schmeckt ein bisschen teigig, ein bisschen nach Gnätzchen. Komm, trinken, sonst ist das weg. Es klingt nicht... Es klingt nicht... Es klingt nicht... Sag noch mal... Es kann immer... Es schmeckt nicht... Es schmeckt nicht, es schmeckt nicht. Es ist ja gar nicht egal wie das schmeckt. Es ist immer rarke. Rutsche! Komm, Rutsche! Ich kann gar nicht... Ich muss schnell... 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 Aufhören! Gott!